Der Meistertitel war schon ein Traum. Aber das, das ist jetzt was ganz anderes. Dieses Trikot zu tragen bedeutet, dass wir acht Wochen lang alles geben, dass wir bis zum Ende kämpfen und auch wenn wir keine Chance haben, wenn wir versuchen, das zu nutzen. Dieses Trikot zu tragen bedeutet, wir spielen nicht für uns, sondern für ganz Österreich. Die UEFA Champions League auf PULS 4 – alle Spiele live und in HD. Werbung Tor